Die Kraft fließt hinein, ihr Licht sind kräftig, dank euch fein, auch für Eva, das dritte Auge, darf jetzt geöffnet sein, so wie sie es tragen und ertragen kann. Die Kraft des Sehens, sie fließt ab jetzt, so dann, Redans, Radam, Pesem, Rein, die Kraft fließt nun in ein drittes Auge hinein, oh, Bärchen, Sedam, Radam, Träm, Geschehen, so war es, so ist es, so soll es geschehen. Bleibe sitzen, das fließt noch nach. Alles Liebe. Danke. Bitte, bis dann.